19.30 Sekunden, let's play Dracula. Origin! Ich wollte mal gerade gucken, was ist hier. Das ist kein Gold, oder? Ja. Kann ich denn... ...das Goldpulver dahin legen? Muss ich jetzt hier ganz viel Kombiniti machen? Warum nicht? Hier, wo ist denn jetzt... Darf ich die Kupferspala... Stahlbäubler... Dafür brauchen wir dich etwas. Willst du halt uns ein Ding haben? Dafür brauche ich etwas. Was? Soll ich denn mal... ...Tackeball nehmen? Oder hier abmeißeln? Ich schon. Ich kann das tun. Ich habe da aber auch kein schlechtes Gewissen bei. Dafür brauche ich dich. Ich brauche erstmal das Blut auch, ne? Warte, 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 warte. Da ist etwas drin. Dann nimm es doch. Ein Kupferdeben gleicht dem Deben aus dem Museum. Au! Kann ich das jetzt hier... ...warte, kombinieren mit dem da? Okay, kann ich das da hinpacken? Oh, shit. Ich brauche 13,6 Gramm. Oh, fuck it. Oder warte, muss ich das erstmal... ...und dann nehme ich... ...und dann nehme ich... ...das da? Um, sehe ich hier keine... ...27,3 Gramm. Aber Gold wäre nur 13,6 Gramm. Hm. Okay. Ist das jetzt richtig? Oh! Achso, damit mache ich alles weg. Interessant. Ich möchte mich gerne hier noch mal ein bisschen näher umgucken. Ich brauche nämlich auch noch das... ...Blut vom Becher. Und hier ist ja ein bisschen getrocknetes, zumindest. Oh! Äh, da up! Oder ist es, was ich denn... Diese Hieroglyphen erinnern mich an irgendetwas. Denk nach! Ach! Ach, shit. Nicht dein Ernst, na? Ich hatte doch von Suleiman da was. Das hatte ich mir doch abfotografiert. Ähm... Das war das da. Ich brauche den Zitronenmann. Ich brauche die Limonenkatze. Die Schwingen. Den Hamburger. Und Lego. Hm. Oh, hier. Mein Becher mit verfluchtem Blut. Lecker, lecker, lecker! Und was ist denn das für eine Stange? Das ist nämlich auch nur mit. Oh, warum nicht? Das sind ägyptische Skulpturen. Aber sie sind sonderbar, angsteinflößend und obszön. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Sie lächeln halt nicht. Ja und? Tue ich auch nicht. Oh, ich kann da was mitnehmen. Gib mir den Stab, Mann. Das könnte mir gelegen kommen. Geil. Erstmal irgendwelche ägyptischen Götter beklauen. Voll mein Ding. Sonst ist ihr bei euch nicht mehr, ne? Bei euch coolen Dudes. Hier, schmeiß das schon mal rein. Zack. Was schmeißt dreckige Blut, du Sau. Ach, scheiß Goldding. Das wird ein Problem. Kann ich damit... Warum? Kann ich damit... Boah, ich hasse dich, ne? Ich muss jetzt echt diesen scheiß Goldding herstellen. Oh, das riecht doch hart nach Magie, Alter. Ist das das Ding oder ist das die Statue? Eine Zeichnung mit drei Pyramiden. Wobei jede Pyramide beleuchtet werden kann. Ziemlich merkwürdig. Ich kann nichts sehen. Ich brauche Licht. Da kann ich dir helfen, Schätzchen. Oh. Offenbar muss ich die richtigen Pyramiden finden. Mal sehen. Uff. Was ist denn das für ein Ding? Oh, ne, das wollte ich nicht. Ah. Okay, super. Next one. Next bitch. Fick dich doch. Das ist so ein Scheiß-Rätsel. Da muss ich alles gleichzeitig machen. Das ist doch scheiße. Passt das doch gar nicht mehr. Warum müssen die alle auf einer Linie sein? Dann ist die halt einfach falsch. Nee. Nee. Ach, scheiße. Die passt. Die passt. Toll. Jetzt passt die aber die anderen nicht, ne? Wann ich jetzt die gegen eine andere kleine tauschen würde? Die wäre schon nicht schlecht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Die Bastard. Hast du das, du Bastard? Alter. Die sieht gut aus. Nee, ich glaube, die ist schon richtig. Ja. Ja. Bei dem kleinen Geschüssel bin ich mir nicht so sicher. Nee. Wenn ich jetzt hier rüber switche. Vielleicht nochmal die andere nehme. Die passt ja nicht. Nein. Switch doch mal nach da. Oh, lass das doch jetzt hier eigentlich... Nein. Irgendeine andere sein, die passt. Perfekt. Perfekt. Geil. Und was habe ich jetzt? Was habe ich denn da jetzt? Ich verstehe das nicht. Was habe ich denn jetzt getan? Ah. Okay. Gut. Dann... Ach. Scheiß Deben. Also. Ich sollte mir vielleicht das Dokument nochmal durchlesen. Warte ich das denn jetzt mit dem Degen? Höh. Dort war das hier? Hä? Ich meine, ich habe nur nochmal aufgeschrieben, aber... Berichte wahrscheinlich. Ah. Mit einer Waage und bestimmten Gegenständen, die ich finden muss, sollte ich in der Lage sein, einen goldenen Deben herzustellen. Das sind 13,6 Gramm. Das heißt, ich darf das nicht auf 23,7 Gramm bringen. 1,44 Unzen schwer. So. Umrechnen. Unzen. In Gramm. Weil ich nicht weiß. 1,44. Okay, es sind 4082 Gramm. Das kann ja nicht richtig sein. Warum habe ich denn so einen Scheiß? Was? Da darf jetzt nicht da... Was? Nix mit... Wieso Masse? Ja, okay. Masse macht zu den Temperaturzeiten. Ah, ich bin voll mega verwirrt. Das ist es nicht. Okay. Die Schale brauche ich auch. Nicht... Kupferderben. Das ist ein Gewichtsmaß. Und der wiegt definitiv 23, ähm... Nein, 27,3 Gramm. Hm. Hm. Das ist natürlich... Wofür habe ich das Schwert dann? Okay, die sind beide... 27,3 Gramm schwer. Das Ding ist schwerer. Das Ding ist schwerer. Das Ding ist der Goldstopp, muss ja aber leichter sein, ähm... als... da darf er. Weil ich brauche ja nur 13,6 Gramm. Ich brauche einen Taschenrechner. Kleinen Moment. Hm. Wenn man so 40,41 Gramm war hier der Dolch, schreibt man das mal eben auch nochmal auf. 40 Gramm. Die Kupferscheiße ist jeweils 27,3. Groß. So. Das sind dann... Die habe ich zweimal. 54,6. Wenn ich jetzt davon, sag ich mal, das andere Ding abziehe... Dann hätte ich die 13,6. Okay, gut. Ähm... Lel, dafür brauche ich den Scheiß. So, wenn ich jetzt... den Kram hier weglege... Hab ich das, das... Ah, dann kommt das in die Schale. Kann ich das hier... Das behalte ich aber. Das wird nicht weggeschmissen, ne? Perfekt. Muss ich den doch irgendwie formen? Oder kann ich den jetzt direkt, äh, wegschmeißen? Okay, warte. Nächster Schwimmer muss da erstmal drauf kommen. Dass man einfach alles da reinschmeißen kann. Das Wasser... Es wird zu Sand. Ist das etwa... Zauberei? Ja, und jetzt darfst du graben, mein Freund. Das ist Voodoo. Dafür brauche ich etwas. Ich hab keine Schaufel dabei, Junge. Starb? Nein, das kann ich nicht tun. Nein, das kann ich nicht tun. Nein, das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Nein, das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Pyramide? Ernsthaft? Soll ich hier grad das Gebiet nach? Ich hab da noch eine Pyramide oder nicht? Oder hab ich jetzt die anderen Pyramiden, die Fakes sind rausgeräumt und nur die wichtigen drei und die stelle ich jetzt da hin? Okay, lol. Und dafür war das Schatzspiel dann da. Warum? Oh, ist das das nächste Behinderte Rätsel? Das kann doch nicht dein fucking Ernst sein. Schnauze-Timer, das machen wir jetzt noch. Ähm. Von klein nach groß. Oh ne, das war die größte, oder? Warum kann ich die Pyramiden auch nicht nacheinander haben? Nein. Ich muss es nochmal versuchen. Ja, dann tausch doch mal die megagroße mit der mega nicht so großen. Habe ich jetzt die großen im Gepäck? So, dann kommt die ganz große da hin und die mittlere dann da. Boah. Oder muss ich die noch irgendwie ausrichten? Soll ich mal drauf spucken? Muss ich meine Lampe da hin halten? Oh, lol. Jo, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und weiii! Langsame Lampe da nicht wie zu vergleichen kann